tiefes loch oder mit lava klar war ein redstone zu redstone ja ich würde nicht bloß im loch mit lava füllen wurde halt den ganzen scheiß den mensch brauchst rein wirst so halt schöner werden dass du mit redstone was weiß ich den sticky piston betreibst der halt danach sich bewegt und ja auch so nichts übetrieben ist halt normal standard ich hätte jetzt vielleicht gesagt dass das so eine trichtokonstruktion baust und die halt mit einem schalter ein und ausstellst und dann ein hopper der das zeug rein von das war mir so jetzt spontan eingefallen ja ich weiß dass es ich muss gerade überlegen wir gehen da mit einem hebel eine stufe ne ein bruchstein und ein stick aber da zieht pflasterstein und sowas und ein stick oben drüber ein hebel da hast da haben sie was ich muss koffer mal ich muss gerade mal überlegen ich bin ja jetzt die mittlerweile schon u2 im kerner ich denke jetzt müsste ich langsam mich quasi vom haus entfernen können ohne hier irgendwo gleich irgendwas komisches zu stoßen ich habe eine fehler gemacht ich weiß wieder mit dem ding muss mich auch jemand bremsen sonst finde ich hier beim höhlenbutteln den weg nicht zurück das ist ja krank das ding geht hart vorwärts so was hier wird verboten alter wieso gerade fühlte ich kraftlos keller aber es sieht schon wieder aus wie eine höhlen tor wenn man sich wenn man sich genau überlegt wo man an den stein dran schlägt dann kann man mit dem ding auch für die kran arbeiten habe ich gerade mal getestet das dreimal 3 ja ja selbst wenn nur ein einzelner ein einzelner am rand ist du musst dir halt einfach nur überlegen wo du an dem stein an was für eine fläche dran schlägt und welche damen umkreis mit kaputt gehen da geht das eigentlich schon ganz gut das sind es ja vorher so gespeichert ja jetzt ist ja das ist immer schlimm bei mir wenn ich eigentlich ein finales design habe und es funktioniert dann fällt mir was ein was du besser mein ganz hier von andocon bio um so knochen sachen gefunden am lieben schädel und normale knochen ich will es gar nicht machen kann muss erst mal was testen und gucken wie es aussieht mit dem ding kann man ja jetzt alles ein bisschen so im großen stil bauen naja so alles ein bisschen überdimensioniert was halt früher ewig gedauert hat kannst du jetzt halt ruckzuck damit ihr ausheben zum beispiel so große treppen konstruktionen nach unten um halt das ganze ein bisschen mächtiger aussehen zu lassen sag ich mal da genau das geht schief ich habe mich erst kurz nicht getraut aber es hat geklappt irgendwie ist mein inventar voll aber man freut sich der macht das ziemlich schnell aber man freut sich irgendwie schönes gefühl dass es voll ist es ist ein angenehmes voll das ist natürlich jetzt so blöde also jetzt so inventarlehrräume geht halt dann mit einer kiste schöner ach nee wobei es rutscht ja nach ich vergaß so eigentlich rutscht es nach bis auf jeden stack da bleibt ja irgendwie immer klemm aber irgendwie bei allem bei allem was man macht was Theorie? Na geht doch. Theorie. Kann man machen. Hab schon mal Theorie gehabt, Wahnsinn. Was? Wie kannst du bloß? Dolomit? Dolomit? Hellgrüner? Das blöde Skelett steht draußen in meiner Garage und flüchtet vor Wegen. Ja, ich hab auch gerade gehört, dass es regnet. Ich bin gerade mal wieder in der Etage drüber, kurz das Inventar hermachen. Da ist mir das auch aufgefallen. Schick schön. Endlich wieder Minecraft in Höhlen verbringen. Yay. Endlich wieder Zeit in Höhlen verbringen. Nicht mitkriegen, ob Tag und Nacht ist. Nicht mitkriegen, ob es regnet, schneit, hagelt, stürmt. Einfach Lähm, Junge. Ich hab mir... Ich hab mir jetzt einfach mal einen großen Rucksack mit drunter genommen. Und einfach erstmal immer die Steine da rein donnern, wenn es Inventar voll ist. Und sortier das dann mal wieder zwischen den Folgen aus. Erstmal schnell einen Cheesy. Ist auch immer gut bei so einer Höhlenbauaktion, vor allem wenn man das erste Mal mit dem großen Hammer arbeitet. Finde ich, ist auch ganz wichtig. Einfach mal einen leeren Eimer mitnehmen. Falls mir doch ein Lava fällt, dass man sich dann sagen kann, okay. Hätte ich doch mal Wasser in den Eimer gemacht. Ja. Das... Hat sich ja lange... Umgangen. Was ist das mit der Lava, oder? Ja... Also das mit dem Wasser eimer. Was sieht denn mal gefährlich aus? Das Holz sieht ziemlich gefährlich aus. Ist leicht grün. äh... Krühlenraben also ich brauch dann definitiv ne Schmelze weil... das was der hier an... an Erzen rausdonnert oder halt nen großen automatisierten Ofen wie machst du denn die Tür von meinem Müllämmer? die Tür? ja wieso soll denn deine Tür kriegen? weil mein Müllämmer ein Raum ist ach so er versteckt ne versteckt habe ich schon zwei aha haben wir Geheimnisse? hm? ne ne hast aber lange überlegt ja ich habe jetzt das Kirschholz draufgehalten ich habe jetzt quasi ne rote Tür ja gut das passt eigentlich ich habe die ganze Zeit Bock gehabt irgendwas mit dem roten Holz zu machen weil das Holz an sich halt cool ist aber mir ist einfach noch nichts eingefallen was Sinn gemacht hat ja gut Raum 5x... 5x5 ne gut 5x6 für Müllämmer ist belieblich aber... was der Berg halt so hergibt einen Platz soo... soo Schmelze ich meine Schmelze läuft das ist nur positiv da kann ich euch mal alles reinpacken muss ich dann langsam mal anfangen abzuzählen was ich ja alles raus dommer soo build keys ah soo 3x 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 4x 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 5x 4x 4x 5x 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 6x 4x 6x 5x 5x 6x 5x ach so du hast ja jetzt schon gesagt der macht ja die schmiede macht das doppelte bei mir ist hier von dem komatit pflaster stein am haus der beise ja dieser sechgelbe das klepp steht immer noch in der garage okay ausdauer definitiv größeres geil und ich brauche noch solche anderen geile ich brauche noch so viel schlimm 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 so ich muss dann erstmal gucken wie ich das hier das wird alles noch irgendwann schön verkleidet selbst versteht sich ich brauche doch noch spitzhacke ja so ein paar feinarbeiten muss man mit spitzhacken machen ja keine scheiße das nix hab schon mit ja ein paar filikrane arbeiten wenn man nicht so viel wieder auffüllen will sollte man wirklich ein paar filikrane arbeiten einplanen dass man die definitiv mit der spitzhacke machen muss und ich muss glaube ich definitiv diamant drauflegen auf meinen hammer because haltbarkeit ich dachte diamant macht mir härter und standhafter oder ja diamant und smart das eine bringt plus 500 haltbarkeitspunkte und das andere macht 50 prozent 50 prozent mehr drauf muss ich quasi gucken wie du es drauf machst wobei ich fast glaube dass das egal war naja jetzt ist es ja bei mir egal ich kann ja nur noch ihn zum beten drauf machen weil ich ja das blöde mit dem redstone gemacht habe beziehungsweise muss ich gucken ob ich den runterkriegen würde ok den redstone ok 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 Kokos ok bush wie zum geiler mache ich denn die schablone damit ich meine schlaven Ja ich hab hier die Decke weggekloppt und da kamen 2x2 Felder Kies von oben runter, so 7 oder 8 Blöcke hoch und da stand ich halt kurz im Kies, das tat kurz weh. Da ist ein riesen Loch nach oben. Jetzt hätte mir immer jemand sagen können, dass der Hammer große Löcher macht. Ach, ich hab was vergessen, ich hab was vergessen. Daran muss ich mich erst gewöhnen. Wann? Ja das ist ja die Form mit Goldgieß, wenn du natürlich zuerst Eisen reinhaust, ist Eisen ja ganz beliebt. Achso, na gut, musst du halt immer draufklicken. So, das muss man ja kurz. Das machen wir ja alles noch schön. Schick schön teuer. Schick schön teuer war das alles noch. Erstmal bloß als Anhaltspunkt. Ja. Was ist denn vor allem? Wie kommt denn? Erst läuft gleich wieder raus. Hm. Ja. Was schmelzt du nicht ein? Ich hab gedacht Reisen muss den Kammer wieder einschmelzen. Also ich will mal testen. Achso. Mach drauf auch gar nicht. Also verarbeite das also nicht. Hm. Aber wenn du jetzt zum Beispiel eine Gussform hast, beziehungsweise eine leere Gussplatte gegossen hast, so wie ich gestern, die kannst du wieder mit reinhauen. Schmelz. Schmelz. Das ist cool. Ja. Fand ich auch cool. So. So. Schmerz. Mein Gold reicht. Das ist natürlich jetzt gerade ungünstig. Okay. Ich schäbe hier gerade so einen großen Kellerraum aus für das ganze. Das wird halt der Tinkers Keller. Und jetzt hab ich halt hier unterirdisch einen riesengroßen See gefunden. Also riesengroß, aber halt einen See gefunden. Ja. Unpraktisch. Da macht Zubauen immer ganz viel Spaß. Ja. Es gibt nichts Cooleres wie zuzubauen. Aber da der Hansi das ja nicht sieht, kann man ja einfach hier einen Deckel drauf machen auf das Wasser. Bis irgendwann mal Tintenfischfüße bei dir durch Fußboden ragen. Das wäre... uncool. Ich muss dann erstmal gucken, wie groß ich hier eigentlich noch bauen muss. Hm. Hm. Vielleicht müsste ich auch gucken, bevor mein Hammer kaputt ist. Der hat schon ordentlich gelitten, ey. Was ich halt blöd finde, dass du das nicht wirklich siehst. Was? Hm. Da spielen wir gerade in einer Axt-Crafton. Hm. Du kannst halt nicht anklicken, was für eine Dings du brauchst. Hm. Na doch. Du kannst es halt reinlegen und dann kannst du drüben gucken. Dann zeigst du es ja drüben an, was es werden würde. Ich sehe eine leere Schablone. Dann auf den Vordruck gehen und dann siehst du ja drüben, da wo du anklicken kannst, wenn du es haben willst. Da steht dann der Name da. Nicht das, die Schablone habe ich ja alle. Wenn du dir Werkzeug machst. Du klickst halt an und dann hast hier halt die Form. Aber da siehst du halt nicht was, weil manche sehen ja auch ziemlich ähnlich aus. Und. Ja. Du wirst die Krippchen verloren. Das sieht nämlich ganz anders aus. Ich brauche auch Bruchsteine. Ich brauche schon wieder so eine. Mist Dings Bums Cutter machen wie letztes Mal. Ähm. Äh. Ich habe ja jetzt ja. Ähm. Was hast du gesagt? Neunmal neun Außenkante ist Maximum, ne? Ja. Und die Höhe auch neun. Höhe weiß ich ehrlich gesagt nicht. Weil da geht ja dann der Füllstand, geht ja auch nach oben. Ich weiß nicht wie hoch man das bauen kann. Weil wie vorhin, wo ich vorhin hier das Ding mit Eisen voll gekracht habe, hat es den ja angezeigt, bis unter die Decke halt, äh, Eisen. Da ist ein Blöcke, wenn du von oben reingeguckt hast. Ähm, meiner ist halb voll. Ich habe vier Stacks oder so drinnen versinkt. Ähm. 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 Inventar voll. Ich verstehe. So, jetzt haben wir das abgezapft. In Theorie wie, die können die weg. Dann stellen wir hier, äh, Eisen um. Dann machen wir das ganze nochmal mit Eisen voll. Hä? Ton, Sand und Kies. Hm. Du hast doch nur einen Völker? Ähm. Nö. Einfach nur... ...such dir irgendeine Ecke aus und klatsch da alles rein. Also dass du... ... Ton in der Ecke hast, Sand oben drüber und Kies dann oben. Mach doch nicht. Du hast bestimmt wieder vergessen, was ich habe und was nicht. Dann such dich nachher. Hm. War der Plan. ach so ja jetzt begreife ich ton brauchen ja gott sei dank nicht so viel das geht so dann nur ein viertel davon ein viertel von kies und sand und dann war es braten ne und dann hast du den württel und dann musst du ins backofen cool ja ein bisschen aber alles gut kann man den model eigentlich auch um die schmiede tun das macht keinen sinn ich weiß nicht ob das geht da wies ich ehrlich gesagt nicht ob das geht ja macht ja nein macht ja wenig sinn ja ich bin wieder mit dem ich habe wieder mit einem holzklotz in der hand auf dem carpenter block gekloppt da lacht das herz und vor allem ja habe ich doch recht gut wieder weggekriegt innen in den türrahmen rein ja quatsch nicht irgendwo da hin zu machen wo man leichter wieder wegkriegt die theorie könnte ich mir eigentlich erzählen was gibt es denn hier noch schönes spizagab Brenne, Mürtelbrenner. Steinscherbe? Ich weiß nicht, was ein Steinscherbe ist. Also an Tinkos liegt es nicht, weil Schmiede geht. So war es ein Kackenjob. Na, bei mir ging es ja jetzt ohne die ganze... Also vorhin ging ja dann ohne wieder die Sache. Ich glaube schon mal, ne, die Ziegel gehen nicht wieder. Also wenn du eh mal versenkten Ziegel gemacht hast, kriegst du keinen versenkten Ziegelstein wieder raus. Gebacken ist gebacken. Ja, also Schmiede sagen, das ist mit dem Ausguss auf der einen Seite und den Schmelzkern auf der anderen Seite, das ist so die optimale Lösung. Ja, so wie du es im Dorf repariert hast, so ist es eigentlich ganz cool. Muss ich jetzt mal sagen. Ja, so macht es wahrscheinlich am meisten Sinn. Aber ich habe die bis jetzt, die, die ich mir angeguckt habe und so, da war das immer, dass du, sag ich jetzt mal, auf der einen Seite reingetan hast und auf der anderen Seite waren die Ausgüsse. Aber wahrscheinlich war es da auch immer bedingt, weil die halt so klein waren. Aber selbst, ja gut, der an der Schmiede ist ja, äh, der am Dorf ist ja auch klein. So. Dieses und dieses. Ähm. Schmelzkern brauchst du ja bloß eh, alles andere macht ja keinen Sinn. Ja. 4-5. 7-7. 8-7. Vielen Dank.